Wo sie es nur immer hernehmen, das Gedankengut und Trialien für ihre höchst seltsamen Kopfbedeckungen, die damischen Ritter. Vor dem Ball wird in der Garderobe das streng gehütete Hutgeheimnis ausgepackt und wie eine Weihnachtsüberraschung herumgezeigt. Meinen könnte man, die Scourphime würde eröffnet, die skurrile Erfindermesse. Dabei geht es um den damischen Ritterball, aber der ist eben auch eine Erfindung, weil es halt originell sind. Und in der heutigen Zeit fast schon einsam den wahren Münchner Fasching verkörpern.